Ich bin fest davon überzeugt, dass Putin mit diesem Versuch der Destabilisierung der wirtschaftspolitischen Grundordnung scheitern wird, so wie er auf dem Schlachtfeld in der Ukraine dabei ist, zu scheitern. Wir werden in diesem Jahr einen Rückgang gegenüber der Projektion von April des Wirtschaftswachstums haben. Wir prognostizieren jetzt im Herbst noch ein Wachstum von 1,4 Prozent, aber im April diesen Jahres haben wir noch 2,2 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4 Prozent, also einem negativen Wachstum in einer Rezession. An der Stelle möchte ich nicht spekulieren, aber was man sicherlich sagen kann und was die Dienste und die Experten sagen, ist, dass dies trivialerweise, glaube ich, inzwischen kein natürliches Ereignis sein kann. Wir haben heute, wahrscheinlich werden wir morgen es erreichen, die 95 Prozent der Speicherstände erreicht und die Speicher in Reden beispielsweise sind noch nicht ganz voll, das heißt, da wird noch etwas obendrauf kommen. Musik Musik Musik